Yo Leute, und willkommen zu einer weiteren kleinen 101 Runde CSS. Wie gesagt, einfach mal wegen der Livecam, ach, livecam, wegen der Liveaufnahme mit Facecam. Ach, der Steam Map, ne? Ja. Jo geil. Und, ja, weil es einfach lustig ist, das Game. Ah, ich lege den jetzt noch voll auf. Jetzt wird bei mir gerade angezeigt, dass Under Borderlands 2 spielt. Ah, ok. BTF, was hab ich grad hier? Ne. Ja, ok, auf dem ist halt der 101 Faktor noch mal ein bisschen krasser. Ah, ok. Nein, 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 ich hab dich die ganze Zeit gehört und gesehen. Da oben kann ich die Tunnel durchgucken. Nein. Nein, das kriegst du ja nicht mehr hin. Nein. 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 Jetzt hat er mehr Punkte. Vier Stück. Ah, ich muss den Teil mal wieder stellen. Nicht, dass nachher jeder deinen Pin sieht, ne? Hm? Nicht, dass nachher... Ne, ne, das sieht man, glaub ich, hier runter nicht. So, zweite Runde nichts Großes kaufen. So, nur Kleinkram. Wie immer spannend. Ich hoffe, die Belgier verzeihen mir, dass ich mit ihrer Waffe feile. Okay. 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 Schöne ist, egal auf welchem Baum klappt man, dass man halt so geplantet wird. Oh! Boah! Wo warst du? Ich hab eben den Nate gehört. Ja. Den meinte ich. So, jetzt kann ich hier den Bonzen rauslassen und kaufen mir mal dick. Okay. Ich sag dir jetzt. Akimbo. Akimbo, hast du die Dual Pistols? Ja. Oh mein Gott. Ich spiel's ja keine CAD, aber Akimbo ist das einzige, was ich weiß, was es gibt. Akimbos sind einfach lächerlich. Ich hab's auch noch nie in die CAD gespielt, aber jeder sagt, dass Akimbos lächerlich sind. Findet ihr Akimbos lächerlich? Schreibt's in die Kommentare. Ey, das ist meine Masche, das sag ich immer. Ja, damit verarscht Gonk auch immer Saratza. Weil der macht das auch so oft. Ist auch charakteristisch für ihn. Boah, abgucker! Was, abgucker? Ja. Ja, es ist ja immer so, dass jede Aktion eines Let's Players auf die Aktion eines schon größeren Let's Players bezogen wird. Ist einfach so. Egal, was man sagt. Wenn ich sage... Ja, ich sag nur Kohle, Kohle, Kohle. Gut, das ist aber auch wirklich geklaut. Ja, das ist ja klar, aber... Für diese Sache mit, schreibt's mal in die Kommentare. Ist ja im Grunde genommen nur ein Ausdruck. Da, ähm... Ja. Dafür, dass man mal die Community bis mit einbeziehen will. Du, Gamma ist wahrscheinlich irgendwo ganz mies rum. Du stehst wahrscheinlich irgendwo auf einem Punkt und ich muss nicht hinterherlaufen, oder so. Ich bewege mich, keine Sorge. Links, rechts, ein paar Meter. Ja, natürlich. Links, rechts, ein paar Meter. Naja. Wer suchet, wer findet, wer findet, wer drauf tritt, verschwindet. Das Motto eines jeden Minensuchers. Ja. Wer hier? Das kennt aber auch schon jeder. Oder? Gubi, mach mal was. Ich hab dich grad gesehen. Echt? Ja. Wirklich? Du campst da hinten. Wie hinten. Wie du mich grad gesehen hast. Dann schimmelst du über irgendeine Ecke rum. Hä? 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 Das ist möglich. Okay. Danke. Ich habe da gecampt. Auf und drauf. Ja, musst du die Bomber mal legen, ansonsten verlierst du. Ach so, hab ich nicht unbedingt Zeit? Ja. Zweieinhalb Minuten. Also dann sag das doch mal. Ja. Ja. Ich wollte den Free Win haben. Ach man. Das wusste ich nicht. So, wir mal einen Knife Only machen. Nö. Okay. Knife ist irgendwie ein bisschen random. Okay, well, I want's in general relativ random, aber... Ja. Das sieht aus wie ein Vogelschiss. Was? Was? Ich weiß ja nicht was. Ich darf dir nicht auf den Bildschirm gucken. Richtig. Oh, du! Ja, ist klar. Wieso, wenn du ne Flash wirst, ne? Kannst du dann überhaupt noch was sehen? Die sind ja nicht explodiert, bevor ich gekiltert habe. Die waren eben komisch, ja, aus Recht. Ja, da, da, da. Mal gucken, ob die Umpe nur ordentliche Wumpe hat. What the fuhr? Ja, und nicht durch. Kann ich auch jetzt meinen Standardweg wie die Bots. Was? Komm, ich rück doch mal. Noll? Da warst du. Erstmal hier, fett deine Waffe. Hast du die Schalldämpfer drauf? Ja. Okay. Hört ja, das ist so scheiße an. Ist wirklich so. Ja, das hätt sich irgendwie... Plastikwaffen mäßig. Alter, ich seh gar nichts. Tja. Trotzdem 6-2. Nein, jetzt habe ich meine Waffe weggeworfen. Ein Sporn, super. Seems logical. Juhu. Sehr schön. Meine Chance. Die Schalldämpfer. Dann kannst du alle riekt. Jetzt. Das ist ganz cool. Das ist alles. Alles ist klar. Dann gehe ich wieder. Dann Take zwei. Alles ist schon. Sögerlich. Ein kleines. Da. Kommt dieses Gefiebel von dem Spawn hier oder wurde von der Karte eher gesagt? Welches Gefiebel? Oh fuck, ich troll. Ich bin ja so ein Intelligenzbomber, ne? Ja, Bombe, ne? Da hätten wir das Thema. Okay. Da wollen wir mal schauen. Von oben, ne? Entschuldig. Scheiße. Die Nadel. Die Führer-Kett? Ohne. Ah ja. Zack. Ach man, Mist, warum bin ich so schlecht? Ja, das Problem ist, man war so ungeschützter. Ja. Ich war, ich stand irgendwie unten, ich wusste gar nicht, wo du bist. Ich stand oben. Ja, das Zeichen bei der Hälfte. Ja, sorry, ich stand auch unten. Gut, ey, meine Fläche werden immer besser. Ach du, ach du liebe Zeit. Lauf nicht. Ich rinne mich mal nicht so hart. Hä? Ich rinne mich mal nicht so hart. Ich bin ja jetzt mit Flash gelaufen. Oh fuck. Ich rinne mich mal nicht so hart. Ich habe reingesucht, ist toll. Sonst hätte ich dich locker bekommen. Nice. Oh fuck. Komm, wir probieren mal was aus. Okay, jetzt kommt ein Troll-Combo. Troll-Combo, richtig. Oh fuck. Fuck, Shotgun, voll daneben. Ist das denn die, ne? Ja. Ich brauch noch keinen Shotgun. Obwohl. Okay. ich kenne das ist wie es dann anzuwollt shopper du kriegst vertreten ich habe genug Schatten genommen guck auf die Europäer in die Scheiße sieht die oder welchen meinten müssen die Schatten was sie die Gäste 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 ich bin ich bin ein er fest hat sich durchgeschossen wenn nicht mit der Welt dann mit der Pumpe so cool der Typ der hofft die aber ich hab immer noch die arme und ich hab immer noch die shotgun das lol was ging denn hier gerade ab ich hab die granate nach links da reingeworfen das war gerade die flash hat den ganzen raum erleuchtet hab mich umgedreht ich hab dir zwei räume weiter reingeworfen ist ja gerade irgendwie wie ein grafikpack aus irgendwann gibt es hier keine claymoth fuck ich drehe mich doch um um zu gucken ob er da oben ist was ist er steht da und er schießt nicht und ich denk das ist er nicht und drück schön weiter die Bombe schon echt so ganz gechillt auf deinen Kopf eben aber ja herrlich hm ah vielleicht hab ich kein geld mehr hm ja ich hab mir den weg auf jedenfalls hast du gerade eben eine flash gebraucht ja das Problem ist ich kenne hier nicht alle alle Schleichwege bist du unten oder was ne allgemein kenne ich hier nicht die Schleichwege ich probier's nämlich jetzt auch mal mit Campen wahrscheinlich ja du hast ja ich habe nur eine gelüttel hm 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 ich hab jetzt der tipp so auf die runter zu werfen Aua hm was denn die Bombe ich glaub mal ist es da hin Nein Los go Ne Aber nicht für mich, sondern für ihn, dass er meine Bombe nicht entschaffen kann. Was? Oh man, guck dir mal die Punkte an, ich hab grad aber viel Kills gemacht. Aber irgendwie, warte mal, ich weiß ja immer nicht, was der Tier. Das ist irgendwie so ein... Dröhnt das bei dir nicht so ein Rauschen? Nö. Bei mir ist so ein Rauschen in der Karte. Nö. Komisch. Nö. 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 Guck, meine Flays waren auch schon mal besser. Genau an der Stelle sogar. Och, mach ich ne Fresse ey. Was denn? Was nerv ich mir dann fürn Scheiß zusammen? Was für für Leben hast du denn? Dauerauf geschossen 31. Oh wow. Ich hab da runter geschossen wie sonst was. Nein. Ich hab mir die falsche Schick gekauft. Ähm. Sie kann ich noch mehr tragen, nämlich klachsen. Nein. Ach Gott, bin ich gut. Ja. Ich lege mich da wieder weg ey. Hot Style. Ich hab keine Ahnung wo du bist. Ich bin hinten rum und hab dich gehört wie du da probiert hast da hoch zu hüpfen. Und bin dann wieder außen rum gegangen. Na komm. Komm, nur eine. Ja. Ich reiß das Ding nur nur rum, ich kill dich. nicht. Nicht. Bum, ne, ne, ne. Beste Flash bisher. Aber das war geplant. Okay, der kommt von hier. Puh. Leute, du hast ja nach oben geschossen mit Flash, mit Glenn. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns noch ein Ründchen auf dem Public zu schaffen. Und ja. Oder? Dann machen wir das. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.